Ja, erstmal muss ich natürlich für meine Aufnahme, ich nehme auf, Reggie streamt, muss ich kurz was erledigen, ihr kennt das schon und zwar, ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Staffel 2 von ARK. Wir befinden uns hier auf einer neuen Welt, nicht mehr auf der alten, wir hatten einige Probleme mit dem Speicherstand, er war teilweise da, aber auch nur teilweise, wir waren irgendwo, ich weiß nicht, so 10 Folgen hinten oder so. Und unsere Charaktere waren Level 1 mit 30 Leveln Aufstieg und das war uns einfach zu doof und da haben wir gedacht, komm, wir spielen einfach den neuesten Teil von ARK und zwar, wie heißt das nochmal, Aboriginal oder so? Aberration. Aberration und ja, damit auch herzlich willkommen an die Leute im Stream, wir werden sterben, wir werden leiden und wir werden Spaß haben und ihr seid mit dabei und auch ihr könnt auf diesem Server spielen, muss man dazu sagen, das heißt, wir werden dann auch nicht mehr alleine sein. Reggie hat zwei Wildcards zu vergeben und alle anderen müssen sich den Slot kaufen und zwar für 2 Euro, seid ihr dabei bei diesem Projekt, ganz fair, wie ich finde, ne? Ja, auf jeden Fall, allerdings gibt es eine minimale Einschränkung und zwar, yeah, Griffoholi, herzlich willkommen und zwar gibt es eine minimale Einschränkung dabei, weil der Server wird halt, wenn wir nicht aufnehmen und nicht streamen und so weiter, wird der offline sein, damit wir nicht verhungern und unsere Dinos nicht sterben und so weiter. Das heißt, ihr könnt nur mit uns zusammen spielen, aber ich glaube, das ist auch der Punkt, wo die meisten online sein werden. Also wenn wir streamen, also sie streamt und ich aufnehme. Genau, ja, so einmal die Woche, ja, genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich anfangen, ne? Ja, äh, warte mal, warte, äh, wo muss ich jetzt? Respawn? Ne, neun Überlebenden erstellen, genau. Neun Überlebenden erstellen. Okay, 3, 2, 1, go! Go! Oh mein Gott. Was? Achso, ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Scheiß auf den alten Charakter. Wir brauchen doch keine Sau mehr. Oh, ich bin im Busch. Oh. Oh, das sieht cool aus. Ja, deswegen habe ich es auch empfohlen. Hier leuchtet alles so schön und alles. Das ist voll toll. Ja, ich habe zwar vorhin, vorhin habe ich vor allem noch gesagt. Oh, Glühwürmchen. Ich werde bestimmt gleich angegriffen. Oh Gott, dann läuft ein Raptor. Also, wundert euch nicht am Anfang, man stirbt eigentlich direkt instant, wenn man Pech hat. Ich bin hier direkt an einem richtig coolen, an einer richtig coolen Ruine. An einer Ruine? Oh. Holy und ich werde angegriffen. Ja! Okay, ich warte auf dich hier. Ich fühle mich hier ein bisschen sicher. Oh, da ist ein Pferdi. Oh, Mann. Also, ich würde sagen, ich kenne die Map so ein bisschen. Ich habe sie schon mal gestreamt. Ich habe einen Teil davon vergessen, aber ich hoffe, ich kann uns in ein sicheres Gebiet leiten. Ja, jetzt sehe ich Riesenpilze. Da ist ein Riesenpilz da unten. Bist du am Wasser? Ähm, ja, also so ein bisschen. Ich laufe einfach mal Richtung Wasser. Okay, treffen wir uns am Wasser. Okay. Hier sind auf jeden Fall auch so komische Metallteile. Ah, da bist du. Hi. Na, hast du gerade ein Bein gebrochen? So, einladen zu neuer Stamm. Warte, einladen zu neuer Stamm. Ja, perfekt. Ähm, warte, Y halten. Für Stamm Einladungsoptionen kann ich mir das auch dann... Einladen zu Stamm von Sir. So. Und ich höre was. Das hört sich nicht gut an. Ja, hinter dir ist ein Nacktmull. Aber ich glaube, der ist friedlich. Ich bin mir nicht so sicher. Ach, ein Dodo. Ein Dodo. Den Dodo habe ich gehört. Ja, als Ende ist es, müssen wir natürlich erst mal gucken. Ähm... Es leckt bei dir, habe ich gerade gelesen. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ähm, nein. Also ich werde... Äh, ich meine, ich werde jetzt nicht die Grafikkarte umstellen. A, B, A, B, A, T, L. So. Zero muss mich jetzt beschützen. Ihr seht die Möpse von meinem Charakter. Oh, böser Dodo. Ich beschütze meine Frau vor dir. Komm her. Äh, ich werde jetzt einfach mal kurz die Bidrate runternehmen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht funktionieren wird. So. Wir stellen die mal kurz auf drei. Ich habe Fleisch gejagt von Dodo, den ich angreifen wollte. Sehr gut. Ich gute Mann. Also ihr wolltet ja unbedingt immer die ganze Zeit einen Ali haben. Oh Gott. Wisst ihr, was ich bei den... bei den... bei den... bei den Schnurrhaaren gerade gedacht habe? Ich dachte gerade ernsthaft, da laufen Säbelzahntigern vorbei. So, ich hoffe, es ist besser. Äh, na 5000 hatte ich gerade eingestellt. Jetzt habe ich 3000. Ansonsten muss ich wirklich gleich die Grafikkarteinstellung nochmal runter. Also rein theoretisch sind wir hier am Wasser schon mal ganz gut angelegt, oder? Ich denke auch. Und ich muss sagen, die Welt ist richtig hübsch. Oh, was gibt es hier? Komm mal her. Wir werden bestimmt eh gleich wieder verhungern. Ich muss Beeren haben. Ja, ich denke, wir machen das hier. Hier ist erstmal gut. Das ist voll hübsch. Also ich finde auch... Also ich meine, so eine Hütte am Wasser sind wir eh schon gewöhnt aus der ersten Staffel. Ja, Bäume haben wir hier eigentlich auch, ne? Ich hoffe, die kommen an Fällen. Äh, mal gucken. Erstmal müssen wir ja was für... Erstmal müssen wir ja grundlegende Sachen machen. Ich habe ein Level-Up übrigens. Ja, ich auch. Zum Glück. So, dann mache ich mal als allererstes... Ich nehme diesmal Gesundheit. Ich nehme Tragelast, Gewicht. So. Ja. Und dann erstmal die essentiellen Sachen, wie Lagerfeuer. Also wir müssen... Am Anfang müssen wir noch teilen. Weil so schnell geht das ja nicht. Ich würde sagen... Dann nehme ich erstmal eine Axt. Ne? Ja, naja. Ach so, die habe ich auch gerade genommen. Aber ich meine, es ist auch nicht so schlimm. Weil die brauchen ja sowieso beide. Und jetzt nimmt einer das Lagerfeuer und einer den Speer. Ja, ich habe ja noch fünf Punkte. Also ich könnte noch... Eins von beiden, ja. Ja. Dann nehme ich Lagerfeuer. Lagerfeuer und du kannst den Speer nehmen. Gut. Alles klar. Und dem Crazy, wenn ich den V-Sync ausstelle, das wäre nicht so cool. Aber zumindest können wir was an den Grafikeinstellungen machen. Und die Pilze kann man fällen. Es gibt Pilzholz. Pilzholz. Okay, cool. Ich hoffe, das wird als normales Holz gewertet. So, wir nehmen das mal so. Ich nehme einfach mal die Sachen hier runter. Ja, wird als normales Holz gewertet. Okay. Cool. So, Spitzhacke brauche ich auch noch. Steine, wir brauchen Steine. Ja. Ja gut, Steine haben wir ja mehr als genug hier. Ja, die kann ich aber nicht aufheben. Nicht alle. Nicht. Nein. Na, ich kann schon einige. Gucken wir mal rum. Uh. Und ich habe was getrunken. Geh gut los hier. Das ist das Wichtigste, trinken. So. Noch mehr Steine. Noch mehr Steine. Was? Achso, ja. Ich habe kein Werkzeug. Wo findest du die Steine? Oh Gott, ich bin verdursten. Okay. Na, nur direkt am Strand. Die liegen darüber herum. Und ich habe Pilze gefunden. Oh Gott, ich sehe da ein Viech im Wasser. Das ist gar nicht mal so weit weg von uns. Das ist nicht gut. Ich finde keinen einzigen Stein. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Da musst du rumlaufen und die ganze Zeit Y drücken. Y, 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 Y. Ach, ich habe die ganze Zeit X gedrückt. Ja, dann findest du natürlich auch keine Steine, wenn du X drückst. Ja gut, dann ist das hier... Ah, okay, okay. Dann weiß ich jetzt, wie die Steine aussehen. Es ist ein bisschen komisch, Steine unter Steinen zu suchen. Das ist, als wenn du Bäume unter Bäumen suchst. Ja, glaube ich. Es ist schön, wenn man so Bäume mit der Hand fällt, dass man Gesundheit verliert. So bekomme ich jetzt keine Ausdauer mehr dazu. Achso. Ja, jetzt kriege ich sie. Ich weiß. Alles gut. So. Feuersteine, gut, okay. Ja, dafür brauchen wir erstmal eine Spitzsacke. So. Ja, die baue ich mir jetzt. Ich baue hier noch dafür. Stroh. So. Ach ja, achso, Crazy Crush. Du siehst übrigens unten, was ich für einen tollen Monitor habe. Ich liebe diesen Monitor. So. Ich habe eine Spitzsacke. Hi, hi. Ich habe eine Spitzsacke. So, ich muss kurz hier meinen Sound ein bisschen unterstellen. Das ist ja gewalttätig. Okay. Effekte, so. Umgebungslautstärke, so. Erstmal scheißen. Na gut. Ich glaube, jetzt kann ich meine Spitzsacke machen. 69 Zoll? Crazy, ich weiß nicht, was du gesehen hast. 27. Sorry, ich musste das mal kurz richtig stellen. Was? Dein Monitor, oder was? Ja, der hat doch keine 69 Zoll. Das wäre doch geil. Das wäre... Das ist unser Fernseher. Das stimmt. Der hat ungefähr, ich glaube, 72 oder so. Ähm, keine Ahnung. Weiß ich... Aber ich muss sagen, ich bin selbst mit 27 Zoll schon manchmal ein bisschen überfordert. So, jetzt noch Strom. So, Axt hast du selber, ne? Ja. Ich muss eigentlich nur um das Lagerfeuer kümmern. Äh, Stroh, okay. Pilz gibt mir Stroh. Ja, genau. Das ist so echt, wirklich so richtig logisch. Dass Pilze Stroh geben. Also, woran ich mich noch ändern kann, ist, dass es hier Wasserpilze gibt. Das heißt, Pilze, die du essen kannst, äh, die dann Hydration geben. Ich glaube, davon habe ich sogar einen im Inventar jetzt mittlerweile. Äh... Okay. Das ist cool. Ein Pilz, so schwach wie eine Mondnacht, scheint sehr betäubend zu sein. Ne, das ist ein Betäubungspilz. Na ja, gut zu wissen. Oh, level up. Oh, cool. Ich habe einen, der heilt mich. Agravic-Pilz. Der sieht aus wie kleine Käfer. So. Ähm, die Stoffsachen... Ach, die brauchen wir ja trotzdem, ne? Was brauchen wir trotzdem? Die Stoffsachen für zukünftige Kleidung. Hm, ja. Ja. Aber ich mache mir erst mal eine Wasserflasche, glaube ich. Dafür brauche ich Leder. Oh Gott. Bin ich ja noch so weit entfernt von. Ach so. Jetzt, ja genau, den Betäubungs... äh, den Betäubungspfilz habe ich auch gerade gefunden. Ich mache mir trotzdem mal die Flasche und... äh, einen Stoffhut. So, was nehme ich denn? Du hast gesagt, du hast die Flasche gemacht. Genau. Und den Stoffhut. So eine Flasche hätte ich gerne. Ne, dafür brauchen wir Leder. Ach schade. Ja, stimmt. Und den einzigen Dodo, der hier rumgelaufen ist, habe ich mir in den Händen verprügelt und, äh, nee, erst aufgesammelt. Ich habe drei Fleisch. Entschuldigung. Und ein Leder. Ich habe ein Leder. Ein Leder habe ich. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Also ich denke mal, hier, wo wir jetzt gerade sind, wird es nicht viele Tiere geben. Was mich auch ehrlich gesagt freut, dass wir hier in Ruhe gelassen werden. Ja, das glaube ich. Da habe ich Glück gehabt. Warte, du hast... zwei, vier, sechs, acht, drei Sachen kann ich machen. Ich bin dafür, dass ich die Hose mache. Das Hemd. Und jetzt habe ich noch die Wahl zwischen... Es, äh, bebt. Stoffschuhen und Stoffhandschuhen. Ja, wenn es bebt, kommen kleine Steine runter. Äh, und da ist manchmal Erze dabei. Da. Zwei Steine gefunden, toll. Oh, was ist das? Oh, guter Edelstein. Kristall. Oh, Kristall kriegen wir hier gerade. Wo hast du die gefunden jetzt? Ja, die fallen runter, ja. Ach da. Da fällt Holz runter. Oh, das ist ja nice. Wahrscheinlich, weil es nicht so viele Ressourcen dafür gibt, auf dieser Welt. Und wie sammle ich die ein? Absolut. Ne, weil er das gerade nicht so einfach gemacht hat. Aber die spawnen sehr schnell. Das heißt, man sollte direkt mal aufheben, wenn man was sieht. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Irgendwie eine Minute oder so hat man Zeit. Mhm. Circa. Da fällt in 17 Sekunden, hält er. Ja. Was ist das? Ah, Feuerstein. So aus wie eine Banane. Okay, Erdbeben vorbei, schade. Ja. Die Feuerstein-Banane. Hm. So, äh, ich muss mich schnell ins Lagerfeuer kümmern. Ich habe so einen Hunger. Und mein Fleisch verfällt gleich. Kacke. Äh, 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 Lagerfeuer. Ja. Und ich merke, ich brauche tatsächlich eine größere Grafikkarte. He, he, he. Ja, ist das, was noch fehlt, ne? Ach, ja, aber eigentlich ist die ja schon ziemlich gut. So, Lagerfeuer mache ich mal hier ans Wasser. Können wir später immer noch abbauen. Mhm. So. Aber gut. Ich stelle das Fleisch rein. So. Oh Gott, wie teilt man das Ganze nochmal? Äh, äh, aha. Äh, stapelteilen, äh, alles aufteilen so. Äh, Holz rein. Fleisch, Fleisch zumindest. Ach Gott, das stapelt sich trotzdem! Fleisch, bitte. Ein, ein Fleisch nur fertig. Wer will ich nicht? Wir haben hier nicht so viele Büsche. Nein. Naja, doch, doch, doch. Äh, wir haben die Pilze. Die Pilze sind wie Büsche. Oh, ich hab vergessen, dass wenn, wenn ein, ein Teil Fleisch verfällt, die anderen ja noch gut sind. Oh. Panik, ey. Ja, das ist natürlich wieder was anderes. Ich weiß nicht, ob es so toll ist, die Pilze zu essen. Wer weiß. Aquapilz, Aurigpilz. Äh, na doch, doch schon. Ich hab doch vorhin sogar was vorgelesen. Der eine lässt sich sogar leuchten. Also es gibt welche... Ah, guck mal jetzt. Und du findest, leuchten ist gesund? Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich find's gut, dass ich, äh, Fasern da bekomme. Das ist, das sind wie Büsche, ne? Ja. Ja. Guck mal, es spielt sich gleich viel angenehmer. Oh mein Gott. Ich hab gerade auf Anraten, ähm, meine Auflösung mal ein bisschen runtergestellt. Joa, ich werd jetzt auch mal die Qualität auf Mittel setzen. Ich hab nämlich 54 FPS, das geht gar nicht. Oder auch hoch. Sicher, dass du, äh, welche Auflösung hast du in Dodos-Hofung? Hat gerade bei mir wunderbar funktioniert. 1080. So, jetzt hab ich auf, äh, hoch gesetzt, die Grafik. Und jetzt hab ich wieder 60 FPS. Okay. Ich will ja nicht, dass jemand hier Augenkrebs bekommt, nur wegen paar FPS weniger. Immer diese Grafikkuren. Guck mal, da hinten ist eine Tarantula oder so ähnlich. Die greift irgendwas an. Die scheint sehr aggressiv zu sein. Okay. Ach, das war die, die bei uns in der Nähe war. Gut, dass sie jetzt weg ist. Ach da, das da hinten. Ach du Scheiße. Holy... Die da, die da im Wasser, die irgendwas, äh, Kleinen, die sieht aus, als wenn sie irgendwas tötet. Ja. Hauptsache nicht uns. Ich find das wichtig. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, komm, wir sind diesmal am Anfang nicht so oft gestorben, wie beim letzten Mal am Anfang. Ja, ja. Aber wir haben ja auch eine friedliche Ecke erwischt. Ja. Wo wir unseren ersten Standpunkt machen. Wir werden natürlich irgendwo, irgendwann woanders hinziehen, äh, wo es ein bisschen, äh, wilder zur Sache geht. Ja, das stimmt. Aber bevor wir da hingehen können, müssen wir erstmal ein paar Level machen und erstmal Ausrüstung sammeln. Ja. Sehr schön. Ja, ich, äh, scheine es geschafft zu haben. Auch wenn, ja, die 60 FPS schafft die Grafikkarte jetzt auch nicht, aber ich glaube, das ist nicht so wild. Verdammt, wie konsumiere ich nochmal Sachen? Ach. Jetzt ist lange her das letzte Mal, ne? Ja. Das stimmt. So, aber mir fehlt jetzt übrigens immer noch, äh, eine Sache, die ich lernen kann. Okay. Also ich hätte jetzt immer noch die Wahl zwischen Stoffhandschuhe und Stoffschuhe. Was hast du jetzt bisher? Ich hab jetzt die Hose und das Hemd. Hose und Hemd. Äh, pass auf, dann mach du Hose und Hemd. Und ich mach Stoffhandschuhe und Stoffschuhe. Ne? Machst du dann beide von denen? Ja. Ich hab grad einen Lapp bekommen. Also dann hast du die drei. Ja, und dann hast du dann die drei Stoffsachen. Genau, dann hab ich die kleine und du die großen. Gut. Okay. Das können wir dann für die Zukunft auch so beibehalten. Hm, ja, das ist richtig. Gut. Müssen wir jetzt nur dran denken, dann alles zweimal zu machen. Genau. Also ich hab jetzt zumindest schon einmal für mich hergestellt. So, aber ich mach mir auch meinen eigenen Speer, weil das ist so ein Ding, was man immer wieder braucht. Ja, das stimmt. Ach, guck mal, das ist dann der Nacktmüll. Ja, ich drücke mal noch die falschen Knöpfe. Das kommt. So, wenn ich dann gleich meinen eigenen Speer habe, dann gehe ich gleich mal auf Dodo-Jagd, wenn ich welche finde. Wenn nicht, dann räche mich, wenn ich sterben sollte. Nein, ich kann das doch gar nicht. Ich hab auch endlich ein Level. Wow. So. Soll ich erstmal schon mal ein Fundament lernen? Ja, das wäre ganz gut, ne? Wenn wir schon mal die Fundamente aufbauen. Dann machst du Fundamentekraben und so weiter. Das heißt, du bist Sammler und ich bin Jäger. Also mach ich die ganzen Bauelemente. Verdammt, ich hab zwei Äxte hergestellt. Baust du noch ne Axt? Äh, nein, danke. Verdammt. Na gut, tschüss, 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 tschüss drauf. So. Okay, dann muss ich mich jetzt um ein Speer kümmern. Genau so. Und ich wollte mich jetzt darum kümmern, damit du auch was zum Anziehen hast. Also vielleicht sollten wir uns erstmal was anziehen. Ja, sehr schön. Also ich weiß, meine Zuschauer haben bestimmt nichts dagegen, wenn mein Charakter nackig rumläuft. Aber vielleicht hat Twitch was dagegen, wenn mein Charakter nackig rumläuft. Naja, du weißt, du weißt hier Unterbisch an, ne? Hm, hier und? So. Jetzt hab ich mal ordentlich Holz. So, mal gucken, ob ich ein Dodo finde. Bestimmt. Wir müssen dann wieder eine Dodo-Armee machen. Unsere ganzen Dodo-Salle kaputt. Ja, das kriegen wir wieder hin. So, jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen entspannen. Ah. Ich hab schon gedacht, jetzt kommt erstmal der Kampf ums Überleben. Aber das haben wir hinter uns. Ja. So. Dann kann ich dir jetzt immerhin schon mal eine Brustrüstung für dich, hab ich. So. Erster Dodo weg. Okay, mit Axt bekommt man, glaube ich, mehr Leder oder war das mit der Spitzhacke? Mit der Axt muss das sein, ne? Ähm, oh Gott. Ich glaube ja, oder ein Messer oder irgendwie sowas. War nicht da noch irgendwas anderes? Wie wollte ich? Weiß es auch nicht mehr. Da weiß ich, was ich tötige, einfach so. Nein. Der ist 63, das dauert mir zu lange, wie ich den geteamt habe. Aber ein Dodo bringe ich dir mit. Und... Ja. Will ich doch hoffen. Auch Dodo sagen. Ja, mit Axt bekommt man mehr Leder. Okay. Alles gut. Hm. Na denn. Das ist auch ganz gut, weil einen Schlafsack brauchen wir dann auch noch. Das wäre irgendwie cool, wenn du wenigstens dann irgendwie den Schlafsack und die Kiste machen könntest. Also ich hätte jetzt Klamotten für dich. Oha. Ja, dann komme ich erstmal zurück. Kann ich uns beiden schon eine Wasserflasche machen? Ja. Ich habe zwei Wasserflaschen. Nice. Oh, sehr schön. So. Und dann brauchen wir langsam ein Kissen, weil es wird langsam schwer in meinem Inventar. Ich habe gerade irgendwas T-Rex-artiges gesehen. Oh, aber ja. Das ist nicht gut. Ja, ich muss sagen, hier auf dieser Karte ist das alles ein bisschen mehr gemischt. Das ist nicht so krass ein Gebiet unterteilt wie in der ersten Karte. Und der Nacktboll ist ziemlich nervig. Das ist ein Roller-Rad. Das ist ein Roller-Rad. Eine rollende Ratte. Hm, der sieht doch schon so aus wie eine Ratte. So. Der Fake-Siebelzahn-Tiger. Ich lasse jetzt die Wasserflasche fallen. Wo? Wo bist du? Da bist du. Yay! Ich habe eine Wasserflasche. Hui. Wie gesagt, kannst du schon eine Kiste machen oder nicht? Nö, ich brauche ja erstmal noch ein Level. Achso. Ähm. Ist die Wasserflasche jetzt gefüllt? Äh, das siehst du daran, wie sie aussieht. Also wenn sie gefüllt ist. Achso. Ah, nee. Ich muss ja vorher noch. Tschüss, Speer. Äh. LB drücken. Kriege ich mein Speer wieder? Ja, je nachdem. Ich kriege mein Speer nicht wieder. Ja doch, mein Speer ist wieder da. Alles gut. Ja, na dann. Äh, willst du deine Klamotten noch haben? Ja, 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 ja. Dann. Äh. Einmal fallen lassen und nochmal fallen lassen. Bitteschön. Ja, ich habe Klamotten. Ja, jetzt will ich ja auch welche haben. Ja, ja. Du kriegst auch noch welche. So. Oh, ich krieg schon gleich einen Bart. Äh. Du hast sie wieder so einen kleinen abgebrochenen gemacht, ne? Nein. Ich dachte nicht. Natürlich. Guckt ihn euch an. So, ich habe schon mal zwei Mützen hergestellt. Cool. So, lass ich jetzt fallen. Was brauche ich jetzt noch? Äh, Leder. Leder. Auch für die anderen Sachen braucht man Fasern, aber für, für, für die, die Schuhe und für die Stoffhandschuhe braucht man Leder? Das ist ja lustig. Na gut. Ja gut. Ich meine, das mit den Schuhen und dem Leder, okay, ja. Joa. Gut. Das heißt, kann ich dir aber irgendwas helfen? Eigentlich schon, ne? Du, du kannst ja schon mal die Fundamente machen. Okay. Aber meine Tragelast ist fast voll. Ich brauche eine Kiste. Ja, du brauchst eine Kiste. Ja, ich, ich habe gleich mein Level-Up. Moment, ich, ich, ich hacke hier einfach. Okay. Am Baum rum. Also, dass ich ein Level-Up kriege. Ne, dann ist gut. Also, ich kann ja höchstens schon mal eine Tür machen. Wovon bist du denn überladen? Ja, ich habe ein paar Steine aufgesammelt. Ein paar Steine, super. Wir haben am Strand rumgelaufen und gesagt, oh, Steine, dup, 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 dup. 27 Stück habe ich. So, also, Kiste brauchen wir, ne? Ja. Und, äh, das andere, was war das andere? Das andere brauchen wir auch. Schlafsack. Ja, Schlafsack, äh, kriege ich nicht hin. Ich habe dann auch nur noch zwei Punkte nach der Kiste. Okay. Aber jetzt haben wir erstmal eine Kiste. Oh, na dann. Oh mein Gott. Ja, Freunde, und das war es auch schon für die heutige Folge. Wir sehen uns direkt morgen am Mittwoch wieder zur nächsten Folge. Und dann sehen wir, wie das Ganze ausgeht. Werde ich sterben, wird Reggie sterben. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.